Musik Und wenn Sie jetzt immer noch zugucken bei unserem Film, dann haben wir es fast geschafft. Und Sie haben Interesse womöglich an so einem Tauberrad, Full Suspension, in modulare Baugastenfertigung. Dann geht es darum, entweder Sie konfigurieren sich das jetzt bei uns auf der Seite. Richtig, genau. So klicken, klick, klick und konfigurieren. Und tun sich jetzt mal alle Teile so zusammenstellen. Oder Sie machen, wenn das Ihnen zu mühevoll ist, eine Anfrage, eine Tauberrad-Anfrage und klicke ein paar Dinge an und sage dann, wie groß sie sind und, und, und. Und dann landet diese Anfrage beim Michael auf dem Rechner. Und was merkst du dann eigentlich? Ja, also ich bin Michael Maurer. Mich kennen Sie vielleicht von der Telefon-Hotline, da bin ich meistens dran. Oder eben auch in der Online-Beratung. Wenn Ihre Anfrage bei uns reinkommt, bearbeiten wir diese natürlich dann schnellstmöglich. Das heißt, wir gehen auf Ihre Wünsche ein, schauen, was Sie sich zurecht konfiguriert haben, inwieweit dieses möglich ist und erstellen Ihnen dann ein Angebot und rufen Sie in der Regel dann auch erstmal an und besprechen nochmal alles dann mit Ihnen. Gut, und gesetzter Fall, Sie wünschen sich jetzt Dinge, die nicht gehen. Das gibt es ja hin und wieder auch einmal. Gibt es natürlich auch, ja. Und dann diskutieren wir alles miteinander. Also wir erwägen dann, was könnte man denen dann anbieten und, und, und. Und da sind wir ja nicht nur zwei und drei Hansel bei uns im Betrieb, sondern wir haben aber wirklich viele erfahrene Leute. Wir würden dann auch mit der Produktion telefonieren, machen wir auch häufig. Genau, auch richtig. Könnte das für uns machen und, und, und. Also da ist ein Riesenprozess dahinter. Glauben Sie nicht, dass wir uns die Sache einfach machen. Und dass Sie da einfach so eine Computer, künstliche Intelligenz irgendwo dahinter sitzen haben. Wir sind Menschen. Menschen und Menschen mit ganz viel Erfahrung und versuchen wirklich die optimalsten Lösungen zu finden. Und das geht normalerweise im Alltagsgeschäft, draußen, im Handel, überhaupt nicht. Weil wenn Sie mit solchen Fragen kommen und Anforderungen, da hat ein Verkäufer meistens keine Zeit, weil da stehen ganz viele, viele hinten dran, die wollen auch ein E-Bag. Aus dem Grund ist es so sinnvoll, dass Sie das von zu Hause aus machen, das dem Michael schicken. Oder Kollegen, Kolleginnen. Genau, die es bearbeiten und wir dann im Team für Sie die optimale Lösung finden. Und dann kommt es noch, dann errechnet sich der Preis, dann wird darüber diskutiert, gemacht, getan. Und dann kommen Sie entweder hierher, machen nochmal eine Probefahrt. Optimale natürlich, dass man das Fahrrad auch ein bisschen kennenlernt. Oder eben direkt am Telefon. Aber Sie kriegen hierfür ein Angebot, damit Sie das alles sehen und nochmal auch in der Hand halten, was wird das Ganze. Und das funktioniert genauso. Wir können es Ihnen dann verschicken, zusenden oder Sie kommen vorbei und holen es ab und fahren nochmal mit und gucken, ob alles geklappt hat. Also dann würde ich sagen, wenn Sie mich nicht sehen, dann hören Sie mindestens den Michael am Telefon. Also bis bald. Tschüss. 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 Vielen Dank.